was geht aber kein schildchen herzlich kommt zurück zu einer folge christian nein komm nicht schon wieder so los auf die attacke na gut dann macht er so ich beschütze lieber die geisel sehr gut da sind zwei leute in diesem gang hier links ja ich musste mich ein stück zurückziehen ich kann nicht mehr reinkommen ich glaube der wusste wo du gesessen hast ja ich bin da ich glaube sie kennen sich aus auf der map könnte sein ja zwei kills wieder geholt läuft schon direkt du machst das brauchst du noch einen hit dann bist du ja läuft wie weit nimmst du denn pistole halt vor allem wenn die jetzt noch mps haben wenn wir waffen haben kann einer hat noch pistole okay es gibt dir direkt mit ach komm fick dich doch man man muss dazu sagen zu unserer verteidigung liebe zuschauer wir haben schon ewig kein counterstrike mehr gespielt ausreden ja ist auch voll die ausreden ich werde jetzt durch die küchenrolle durch das c war ding sie durchschießen ja du bist einfach sterben hd dann gibt es ein headshot für dich ja weiß ich habe ich ihm über die war ich immer auf jeden fall neun scheitel gezogen mit dem dinge scheiße zwei mit mp von hinten bohren die sache an der kommt jetzt der kommt jetzt gleich rein der holt sich die geisel wahrscheinlich peter ist afghane und ich nice peter also geil sind wohl nicht so geil ey peter jetzt kannst du auch gleich scheiße wir trägst du auch auf die schnauze ey das wird so geil alter so jetzt können wir endlich kaufen oder auch nicht ne können wir nicht ne das ist halt noch nicht ja komm dann kaufe ich mir jetzt mal ne ne diegel ist scheiße da muss man stehen bleiben beim schießen das kacke lass mal alle die dinge rushen weißt du ja eben wir sind in der echo warum rushen wir nicht ja komm dann rushen wir jetzt die treppe runter ja komm dann rushen wir jetzt die treppe runter was ich hab da wenigstens zwei weg mit okay ist okay bin dabei ähm nice und weiter gehen außen nein nein ich hab braun nicht sorry braun nicht aber das war ein bisschen in der hitze des gefechts da war einer mit einer awp ich hab minus 1 3 ey ist das scheiße und ich hab auch noch Geld abgezogen gekriegt super so geht das jungen die sind bei der geisel komm der mit der geisel ist hinten rum gegangen genau da nice mann der ist bei der anderen geisel ja der kommt jetzt um die ecke der holt sich die geisel jetzt fickt den weg nein ja natürlich ich hab den 42 schaden gedrückt das war bestimmt ein lucky no scope die score ja mann weißt du yolo ey jetzt hab ich mit dem ey braun wann hältst du von treppe rushen ne nicht mit dir okay schade wir waren früher die pumpgun brüder ey und so weiter für die awp ich geh los ich geh los oh oh shit good job harley hast du deine kohle gut investiert ich hab dem keinen einzigen bei mir ist die arme ja manch ab minus 1 4 läuft okay ich hab nur noch sechs punkte scheiße die habe ich mit den haes krass erwischt alter ich hab ich glaube die decken sich auch easy game zurück yo 95 ja ich kündige mal ein 16.0 an würde ich sagen na komm eine hin das holen wir ja wohl kann durchaus sein was kaufe ich denn jetzt mal boah sind wir wieder kacke na komm ich kaufe mal aber es ist doch schön Leute dass ihr mal wieder counterstrike seht ne ja wollte ich auch mal sagen vielleicht ist das vielleicht ein bisschen dumm gewesen direkt die wir haben ein like dalassen da haben wir also nachher nur 15 likes oder so ein paar mehr nein jeder soll für den dev noch ein like da lassen das ist so ein witz ja genau soll sich faken counts machen oder was lol bram haha ich hab bram sterben sehen das sah witzig aus das sind zwei aber der mit ab jetzt schon mal geschichte fack auf du bitch so da einer noch der ist auch da nein der ist in dem ja ich weiß komm schon der kommt zurück der kommt zurück nice nice der christian macht nicht wer will die haben ich brauch die nicht gib bram den der steht immer gerne an der ecke jetzt hat hd die achso ich habe die aus ich habe die aus was sie genommen ich rieche nix kommt der lutscher oder wollte mich vielleicht mit fick dich da ist noch eine arme und im gang ist auch noch einer ich bin hier richtig ich bin hier richtig wie er da alle macht ja man so schön und von minus minus 1 auf 4 5 2 2 90 so because you are you are noob so arie junge die war gut ja die war gut die war gut was jetzt kommen die flashbang smoke oh oh sorry soll wo bin ich denn lang gelaufen alter da würde ich nicht ja ich war etwas dieb drin aber christian du weißt dass da jetzt gleich der feuersturm auf uns niederregnen wird ne ich hau auch mal ab da drückt einer links um die ecke der andere ist fast down der ist links hinten in der ecke die sauf ganz hinten durch im gang ist einer alter warum blockst du mich denn weil ich gucken wollte da kommt jetzt einer da kommt einer da war hinten im gang war auch noch einer ja habe ich gesehen ja habe ich gesehen spaß tschüss jawohl nice bram der andere ist hier im gang den fick ich jetzt weg pass mal auf der ist ja gar nicht ja erstmal nachladen neun schuss das kunden ist zu wenig sein ja mann ja der safe da ist er ne der ist bei harley bei harley aua der hat mich gedrückt alter war das ne auto harley geht jetzt mal gucken natürlich geht harley nur mal gucken aua aua der ist der ist zu geisel rein der ist zu geisel rein ja oh hinterher oh den siehst du der ist anderen weg gegangen oder? nein ist der nicht der ist noch da drin ja ja deswegen wegen bram weil der bram bleibt einfach da genau dass er dahin zielt scheiße jetzt hätte ich gerne nate ihr habt jetzt jeder einen eingang jetzt absolut nicht direkt der kommt da nicht mehr raus der lutscher leider würde ich gleich mal einen haufen schieben ja mich würde er auf jeden fall weg machen aber dann kann bram den weg machen so viel vertrauen hätte ich nicht auf mich egal der ist erstmal mit mir beschäftigt nein musst du nicht ich geb dem jetzt einfach direkt nen header pass auf mit ansage oh ich hab die geisel noch getroffen mit ansage kein header ja aber weg gehauen der lutscher so aber war gut alles klar läuft doch jungs so jetzt kauf ich mir erstmal alles hier nate und explosive und molotov das volle programm hier not bad boah ist das schlecht wenn die nicht jedes mal flashen würden wenn die nicht jedes mal flashen würden könntest du dich hier genau an die ecke stellen mit dem mit dem zolls ding und den dann auch noch oh das war nur nur smoke könntest du die dann zippen jetzt kommst du auch ins B19 an boah christian ey pass auf ja du siehst ja nix oh shit oh doch du siehst wo was alter peter sorry ok da sind zwei einer kommt jetzt da sind zwei nice was der muss doch geflasht gewesen sein du bist der letzte hast noch 22 AP du machst die jetzt alle ja lol das ist scheiße jetzt kommen sie auch mit dem ship oh da hat sich einer die Aave gesnackt ja und einer von denen hatte sowieso ne Aave ich werde jetzt einen kill haben ich werde jetzt rushen ja du gehst rushen ja ich mach doch eh nix ok stimmt ich hab doch nicht einen kill bis lang gemacht weißt du ich geh jetzt rushen dann komm ich mit ok boah alter wir werden so sterben ich wollte nicht das ganze team ins verderben stürzen da rechts in der Ecke steht einer ja hab ich weggemacht mach die Aave weg nice oh lol alter Bram sorry wo ist die Aave denn oh der sagt der da rechts in der Ecke steht einer drin ja den Natali weggemacht die andere Aave nein der steht am spawnen mitten auf dem spawnen der zielt in die container rein also vorsicht boah geil alter alter lol nice Bram guckt mir doch die HE an die Fresse alter ich hab noch 7 AP Bram hat's halt auch nice der letzte ist am spawnen gewesen bei denen gibt's schon wieder neue Cases es gibt so eine AWP warm boah hammer geil der hat nur eine AWP der hat nur eine AWP ja eben der hat eine AWP der kann jetzt hinter dir herkommen Bram ne was was der kommt nicht hinter mir der ist hinter mir der ist hinter mir der ist hinter mir nehm mal die AWP mit nehm die AWP mit oh die sieht ja richtig cool aus wer will die AWP haben ich nehm die nehm die ja mann geil ok wow das was Peter steh mir mal nicht im Weg Leute was mach ich's denn ahja hier lass du das dafür was hast du denn jetzt gekauft ich hab ne scouts was ich damit weiss ich nicht weiss ich nicht weiss ich nicht wie hab ich aus Versehen gekauft mach der Gabriel da schon wieder er ist schon wieder am rushen so ich ziehe jetzt in den Gang rein ja fast platt ich hab keine Rüstung gekauft scheiße und kein second nein 23 Sekunden kaufzeit ist abgelehnt 93 hat er gekriegt der ist in dem kleinen Autos hat den noch ja genau der es sind zwei Leute beim Haupteingang rechts vorsicht vorsicht ok die haben wenigstens gut getroffen die Nate voll die Panik ist noch einer den hast du geflasht der ist aber zurück zur Treppe gegangen was dem hab ich 40 gedrückt der ist genau da gewesen ja ja Harry der hat noch 60 HP ja du hast keine Rüstung ne ja kauft Heidi doch nie mach den weg mach den weg ich versuch's mach den weg ich versuch's ich versuch's da ist er da ist er Alter Alter wie lange du brauchst das Alter ich hab den nicht gesehen nochmal im neb 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 kennst du schon die Umrisse und so nah die mhh wo ist er denn Alter Vater, so gehen wir den jetzt rüber. Am Arsch 16.0, ey. Ja, hast du ja recht. Ja, ich hab's mal ausgeglichen. Ja. Denn wir wissen, das ist ein CT-Map. Das ist... Wo ist der Punkt, das ist ein CT-Map eigentlich, glaub ich. Oh. Oh, die kommen da schon. Smoke. I'm throwing a flashbang. Soll ich irgendwo was smoken? LOL. Der hat mir ein Headshot gegeben. Im Laufen. Oder die Gegner. Kommt außen rum, Jay. For you. Alter, das ist so ein Scherz, ey. Der Hammer. Also rechts ist einer. Komm, zwei kommen, äh... Fick dich! LOL. Der ist da, der ist da, der kommt zielt in den Gang. Rang rein. Nice! Nein, warum hat er doch, ey. Nein, warum fang ich denn an Dauerfeuer zu machen? Die kommen, drei kommen, nee, zwei kommen nicht wieder an. Schön, Peter. Schön, Peter. Einer, die AWP kommt von vorne und zwei kommen von da. Peter, schön! Da kam noch einer. Hä? Wo war der denn? Ach, da an der Ecke. Die UMP, die ersten Schüsse der UMP sind immer schon saugenau gewesen. Ja, mehr, ein, nee. Ja, genau. Oh, ich hab auch noch mal dran. Nee, ich hab auch noch mal dran. Okay, sorry. Ja, hier in der UMP. Ja, geil. Also Verschwendung. Äh, was wollte ich denn kaufen? Moment, Christian, brauche ich auch noch eine. Ich kaufe mir mal ein P90, komm. Okay, ich muss das mal ja in der Geiseltesten. Smoke! UMP geht immer. Ey, wieso nicht ein P90? Du hast doch eine P90 schon mehr gekriegt, Chris. Neu? Okay. Also nicht, du musst so ansagen, Bram. Hab ich! Ich hab gesagt, dann kriegt die Chris. Oh, das, da hab ich nicht gehört. Alter, die ist ja richtig geil. Ist nicht so. Ich will die ein bisschen kommen. Manchmal muss man ein bisschen Death Smoken. Manchmal muss man ein bisschen Mep Smoken, wollte ich sagen. Mep Smoke. Boah, ohne Spaß, ich hab voll die gute Idee. Oh! Aua! Die hat mich richtig hart. Wo sind wir denn alle hier? Pfff! Ich geh mal ein bisschen weg. Okay. Da steht die Nabe. Ja, dann guck da nicht hin. Ja, tue ich auch nicht mehr. Äh. Nice, Peter! Nice, Peter! Hahaha! Da stehen zwei Leute. Okay, ja, lass sie da stehen. Fick dich. Die haben dich gerade mal getrunken, glaub ich. Nee! Komm doch mal. Hahaha! Und mach den da für ne Scheiße mit der Awe. Hahaha! Jetzt fehlt die doch mal nicht. Heiße, da ist einer in den Geiselraum rein. Der geht aber nicht in den Geiselraum rein, der geht weiter durch die Hauptzentrale. Genau der. Die Hauptzentrale, alles klar. Ja, dann machen wir. Da war gerade eine Rechtshadi. Echt? Ja. Aber da ist auch eine, du Lutscher! Ja, aber da ist zwar auch eine. Peter, du bist so scheiße, sagst du das dir nicht an, Peter? Christian, der wird sich wahrscheinlich die andere Geisel holen, ja. Aber ich guck mir jetzt erstmal mein Leistungsdiagramm an. Ja, natürlich, du Lutscher, ey. Geradeaus wie der Dollarkurs bei dir. Not my fault! Boah, Jay, Alter, 1-11. Du scheiße. Echo. Okay. Pfff. Cool, jetzt scheiß mal wieder drauf. Hahahaha! Ja, dann rush ich jetzt. Ja, wir rushen jetzt. Ja, wir rushen jetzt nochmal. Na, alles klar. Wie Jay einfach als, ja eben. Aua, ich hab direkt mitgekommen. Du bist der Einzige, der eine Waffe gekauft hat, Jay. Und lässt sich alle vorbeilaufen. Richtig, ihr seid das Schild. Da hängt noch eine Arbe rum. Wow, vielleicht, vielleicht habe ich jemanden angeschossen. Ja, mich, macht nichts. Nice one! Das waren's nur noch zwei. Die nehmen eine Geisel mit. Gucken wir hier oder hin? Ich, ich geh auf der anderen Seite mal gucken. Die stehen, nee, die stehen hinten. Um Fenstergang. Fensterseite. Da steht einer im Gang. Ja, HD, das ist nicht Fensterseite. Ja, egal. Der andere, äh, Chris achtet auf die andere Seite. Ist schon okay. Das ist halt nur die Frage, kommt der jetzt von da oder da? Ah, ne gute Frage. Muss ich entscheiden für eine Seite. Du hast sie für die richtige entschieden. Ding, 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 ding. Der andere ist am Fenster. Am, äh, Schneedingens. Achso. Im kleinen Büro. Der ist im, im Office ist der drin. Im kleinen. Also andere Seite, Chris. Der kommt raus. Der ist rausgesprungen. Der kommt zu mir. Ich brauche hier unbedingt Hilfe. Wenn er mich wegfickt, dann bin ich am Arsch. Achso. Immer rum gucken. Der ist da immer noch. Der sollte ja nicht an dir vorbei können, oder? Leute, was? Dich verarschen. Voll geil. Der ist jetzt in dem Treppenraum, Hadi. Da ist so. Dann setz dich nochmal, setz dich wieder in Fenster. Ja, ich komme auf die andere Ecke. Ja, okay. Bleib ich hier. Ja. Ja, what the fuck. Ich kann die kack AWP davon nicht. Deswegen geb ich die aber immer ab. Ey, du bist besser als ich. Was? Der war drauf. Der kommt andere Seite, Hadi. Der kommt. Jawoll. Boah, war das krass. Boah, Junge, ey. So, hier ist die Linie. Komm, hier. Und hier haben wir mit. Oh, was ist das? Chi, 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 chi. So, hier. Fuck you. Was haben wir denn? Galil. Yippie. Nächste Runde mach ich bestimmt Merkel. Jetzt versprochen. Ja. Alter, 1-12, ey. Kann man nur so scheiße sein. Moment, Moment. Ich bin übrigens nicht Jay. Hallo. So. Bram. Du stehst mir genau im Dingens drin. Ihr habt zwei AWPs. Ihr könnt beide Eingänge abdecken eigentlich. Den langen Gang und hier, wo einer von euch steht. Ja. Bram, da kommt schon einer. Oh, Autosniper. Ach, Autosniper. Oh, die hab ich voll abgekriegt. Da ist Bram. Autosniper, der hat noch zwei Leben mit der Autosniper. Warum stehst du da nicht richtig? Ja, weil da ne Scheiß Smoke ist, du Lutscher. Hardy, da kommt ne Autosniper, der hat noch zwei HP. Ja. Kann er ja. Ja. Wow. Den kannst du... Oh Mann, jetzt muss ich mit dem Lutscher hier noch zusammen, ey. Alter, ist jetzt sofort schon im... Alter, weißt du, alle sagen, Hardy hat die meisten vorne stehen. Ja, aber der andere hätte uns von hinten gefickt. Ach ne, nix Echo. Okay. Nix Echo? Okay. Nix Echo, letzte Runde. Oh. Stimmt. Verlang mal ne AWP. Boah, weißt du, jetzt gibt's hier abgesehnte Schrotten. Nova, Nova, jo. Das stellt sich eigentlich hier hin mit der AWP, Hardy. Und nicht in den langen Gang. Welchen langen Gang? Den. Da kommt jetzt einer. Wieder Schritte, Hardy. Was hättest du dir wohl so gedacht? Ein kleiner Lutscher. Nice. Da ist noch ein AWP, da hau den weg! Hab ich nicht geschafft. Der ist jetzt da. Nice. Auf dem Gang steht noch einer 60 AP hat er noch. Nice. Und wo schießt denn der mit der AWP? Nice! Also ich sag mal so, ich seh so kleine Parallelen zu Borussia Dortmund bei mir. Hinrunde war nicht so gut. Aber Rückrunde... Was ist das denn, ey? Fünf Punkte ist schon ganz schön peinlich, ey. Eins wird's denn jetzt schon echt extrem crazy. Immerhin hatte ich ausnahmsweise mal nicht nur große... Gehen wir alle zusammen? Oder... Ja klar. Klemmen wir uns links, rechts auf. Okay, links oder rechts? Links. Alle zusammen. Ich geh vor. Ja bitte, du bist der Fleischschild. Ja richtig. Du taugst da gerade auch nicht. Come on! Let's go! Das war für mich blöd. Für mich war dies die andere Richtung. Nee nee, Peter war der einzige, der in die andere Richtung läuft. Es sah geil aus. So, fickt sie alle! Wo die sitzen, wissen wir ja. Da sitzen wir ja selber. Alter, man hat mich direkt gehitschottet. Hören! Du hast mich durch den Smoke gesehen, du Lutsch! Alles klar! Auf jeden Fall, Mann! Alles klar, auf jeden Fall! Auf jeden Fall, Mann, Alter! Und schon wieder die erste Runde verloren von dem Scheiß-Trollen, ey. Das ist so ätzend. Boah, ey, ich weiß gar nicht, wann wem was liegt, ey. Mann, Mann, Mann. Alter, 1,15, meine Fresse. Hardy, ey, 35 Punkte, du Lappen. Wie scheiße bist du eigentlich? Wow, Jay. Was ein Konter, ey. Leck mich am Arsch. Schatzi, wie hart, ey. Er war unter der Gürtelinie, sorry. Jetzt nehm ich mal Brammswaffe. Viel viel besser. So, gib mal eine Seite hier. Die haben jetzt MPs, wenn die uns entgegenraschen. Okay. 84 hab ich dem gedrückt im Hauptgang. Ich nix. Ich hab wirklich einen Schaden gemacht. Ich hab dem direkt ne Heller gegeben. Alter, ich bin eher Hamburg grade. Dankeschön. Boah, die hätte ich ja gern, aber. Ja, kannst du mich mal am Arsch lecken. Da ist auf jeden Fall einer. Der sitzt bei der Geisel, der sitzt bei der Geisel. Warte, Bram. Ach, come on. Ja, mit der schallgedämpften Pisswaffe ist klar, Mann. Damit spielt ihr die ganze Zeit schon. Boah, das ist so behindert, Alter. Bram, Crosshair Placement. Mach mal ein bisschen höher. Der Dörfer zu hoch. Ey, ich spiel auch grad Kornetius. 1,16, Alter, was für ne scheiß Lappen. So, komm scheiß drauf. Boah, sagst du gegen kaufen? Flashbang, gib ihm. WTF? Ja, komm, P90, Russian Junge. Okay, okay. Lass uns aber Treppe gehen, Junge. Okay. Ja, gut, Jay. Jay macht Solo-Mission. Jay macht, äh... Jay macht Solid Snake. Auf jeden Fall. Ja, da steht ne AWI übrigens im Gang. Ja, cool, ich geh anders rum. Ja, lass uns mit allem mal reinrennen. Ja, auf jeden Fall. Ja, warte, dann. So weit bin ich. Du möchtest auch noch Smoke. Ja, du kommst, der sieht dich zuerst aus der Smoke. Ich kann nicht durchs Feuer laufen. Der hat sich zu weit ausgetraut. Der ist auf nem Spielautomaten, sitzt da zwei in der Küche. Und Spaß macht, wie sie reinlaufen. Die haben in der Ecke. Leute. Okay. Komm Jay, wir machen das jetzt. Jetzt bleib nicht hinten sitzen, du feige Stück Scheiße. Okay. Ich glaube eh nicht, dass die gucken kommen. Doch, doch. Okay. Boah, Jay, du bist so nötig. Nur nicht, wenn Jay guckt. Boah, die musst du wegmachen. Jay will nur mal ne Runde überleben. Wow, das schreibt der Typ selber. Wartenlappen. Oh, da steht ne Arme. Ich glaub da steht ne Arme. Fuck! Ich wollte mit dem Spiel, ey. Boah Jay, du bist einfach so der Oberlappen vor dem Herrn. Boah ey, weißt du, wenn ich immer der letzte bin. Guck mal, da kannst du an der Wand richtig schön sehen, wo du ihn geschossen hast. Ich glaube, das ist immer schon neuer Rekord, was du hier leistest, Jay. Oder auch nicht leistest. Du hattest Minus 1, ja. Ja, ich hatte Minus 1, da hast du recht. 1,17 ist schon ein Sticker-Shift. Ist schon, ist schon geil, oder? Ist schon hart peinlich, ja. Ich mach halt auch erstmal an sich trauen. Lass helfen. 10. Jetzt nicht da hoch springen, Penner, du wirst sterben. Boah. Okay, vielleicht auch nicht. Ist keiner. Ich hab jetzt gleich ne P90. Aber warum ist es auch ne Wichs, ey. Ja, das liegt auf jeden Fall an der Map, Jay. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Boah, Jay, du bist einfach... Wie kann man nur so scheiße sein? Das nimmt schon echt krasse Formen, Mann, ey. Ich bin Tennis Borussia Berlin. Ich bin Tennis Borussia Berlin. Juhu. Vielleicht kommen die jetzt sogar schon von hinten. Ne, blau ist noch da. Ja. Also ich hab Spaß hier. Ja, komm, einfach mal durch da, würde ich sagen. Aber wir haben uns zurückgedrängt. So, jetzt. Jawoll! Direkt keiner gegeben, Jungs! Doch hab ich! Da steht noch einer. Oh, ja. Jetzt! Jetzt! Jawoll! So, ich hab noch zwei. Der P90 hat nicht mal Schaden gekriegt, ey. Das ist echt der Witz, ey. So, da fehlt noch einer. Wo ist denn der Letzte? Ja, aber im Geiselraum. Geiselraum. Ist der bei dir, Peter? Da nimmt die andere, gell? Wie, wann heißt denn zwei lässt der Abschlag? Wenn ihr da einfach blind rein rennt? Der ist hinten in dem Diablo. Der ist hinten in dem Diablo. Nehmt ne Geisel. Nehmt ne Geisel. Nehmt ne Geisel. Oh. Warum musst du denn nicht die Geisel, Alter? Ich hab den Tunnelblick, Mann! Ich bin der Tunnelblick, Mann! Der ist rechts um die Ecke. Ja, das hat er gehört. Weil ich das gesagt hab. Könnte sein. Rechts um die Ecke! Nice, Peter! Geisel, nehm! Geisel, nehm! Geisel, nehm! Geisel, nehm! Achso. Wir brauchen das Geld nicht. Wir brauchen wir nicht färm genug. Ah, Echo. Boah scheiße, was hab ich denn hier gemacht? Ah, nehm ich! Ja, wenn John die Echo sagt. Ja, nehm ich. Neh mal ne schöne Blätter. Weißt du, geile Baisen. Ich hab' ich auch noch nicht getestet heute. Damit werde ich jetzt richtig rulen. Come on, let's go! Komm, Bram, komm mit. Wir machen das Zulu-Kommando. Wir machen das Zulu-Kommando. Mutter ist Zulu-Delta, alter. Ist Zulu-Alpha-Delta. Springer auf B7! Da war auf B7! Da war auf B7! Da war auf B7! Da war auf B7! Ja! Da ist keiner mehr. Jaaa! Kill! Boah scheiße, Jay hat nen Kill gemacht. Nice, Bram! Schön niedergemäht, ey! Der ist rechts um die Ecke! Nice, Bram! Schön! Nein, Zulu niedergemäht heißt er! Vorsicht, Flash! Das ist Zulu-Kommando. Ja, hol' mal die Geisel. Hol' mal die Geisel. Lul! Wom wurde er denn? Der kam aus der Ecke! Oh ne, jetzt müssen wir noch mit Jay, alter. Jaaa! Dann join' nach! Ja, du warst schon dabei! Boah, jetzt Ruhe! Ja, jetzt Ruhe ist klar! Ja, jetzt Ruhe ist klar! Ja, jetzt Ruhe ist klar, Jay! Bei 2,18! Läuft bei dir! Läuft bei dir! Boah, 3,18! Das ist nur noch ne KD von 1,6! Lebt mich am Arsch! Jay arbeitet sich vor! Vielleicht macht er sogar ne 1,4er KD jetzt noch raus! Nein, der geht nicht diese Runde! Oh! Boah, Jay! Boah, Jay! Du König, ey! Ey, ich bin besser als Bodoy Jean da! Wenn der 3,18 steht, hätte doch keiner 1,6er gekauft! Ich hab leider kein Geld, das ist ein Pillar legbar! Doch nicht! Pillar, du bist so'n egoistisches Stück Scheiße! Wir können uns sowieso angucken, wie... Ach ne, warum ist schon wieder da? Oh mein Gott! Der hat sogar noch Sonstans! Ich lauf hinter Jay her, der ist ne Safe-Waffe für mich! Ah, schön! Dabei hatte ich nicht mal große Fresse vor der Runde! Ich hatte auch keine große Fresse, ich hatte sogar minus 1! Ich glaube, ich glaube, die sind gerusht! Oder einer zumindest! Ja? Ja, einer steht in dem Mittelgang da! Bam! Die Waffe von dem hole ich mir! Hab ich immer wieder gezeigt, was ein wahrer Jayles! Ja komm, ich will die Waffe von dem! Sehr gut! Komm! Ich geh auch vor! Ich guck und komm! Ich wurde gemessert! Was? Zulu-Kommando-Bram! Hey! What the fuck! Alter, ich war so perplex, dass der auf einmal hinter uns war! So, 2 gegen 1, ey! Willt ihr ja wohl hinkriegen! Renn einfach weg! Renn einfach weg, Christian! Boah Jay, bitte! Der ist da rechts um die Ecke! Wo ist der rechts? Ja! Ja, Jayles kann kacken! Das ist ja die runde Armbach verloren! Warum bist du nicht rausgefallen? Ich hab mich geschossen, ey! Komm Jay, schmeiß dich doch einfach davor! Ja, guck mal die Mechanics an dir, Jayles! Ja, guck mal, weißt du, ey! Beweg' ich die Maus jetzt ein bisschen hastig, um zu zeigen, dann ein bisschen was drauf! Beweg' ich die Maus jetzt ein bisschen hastig, um zu zeigen, dann ein bisschen was drauf! Ja, guck mal, der weißt du, ey! Nimm die andere Geisel auch mal mit! Nimm die andere Geisel auch mal mit! Ja, eben! Nimm die andere Geisel auch mal mit! Jetzt weißt du ja nicht wo du bist! Und deinem Gang könnte ja Ende sein! Ja! Drei, zwei, eins! Boah! Was ein Luckshot! Leck mich am Arsch! Habt ihr nicht erwartet! Habt ihr nicht erwartet! Aber Freiburg hat halt auch gegen Bayern gewonnen! Was ein Luckshot! Boah, komm Bram, was sagst du? Sulu-Kommando! Was ein Luckshot, Alter! Ja! Komm Bram! Sweet! Baus war Vertrag! So! Boah, Jay macht auch mit Sulu-Kommando! Ne, ein Ser macht nicht Sulu-Kommando! Was für ne Scheiße macht die! Die sind vorgerusht! Ja, die sind gerusht, die kommen von hinten! Ja, komm Bram, Sulu-Kommando! Okay, komm durch! Wir halten jetzt die Base! All your base are belong to us! Hör, da ist noch einer zurück! Da ist noch einer zurück! Ja, du bist auch ein bisschen zurück, ja! Scheiße! Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du gesagt hast, die sind vorgebracht! Die anderen zwei sind bei uns am Spawn! Oh, vielleicht haben wir... Vielleicht ist sie erst zurückgekommen! Der geilste Headshot dabei gegeben! Und die lebt doch! Komm Bram, Sulu-Kommando! Ja, Baus war Vertrag! Bin ich dabei! Wir bräuchten eigentlich unsere Shotguns, wa? Der noch viel besser! Shotguns kannst du hier auf Office auch ganz gut benutzen! Boah, Jay, musst du schon... Boah, Jay hat ne 1,5er-Karte, die hat sich hochgearbeitet! 1... Alter, 1,5 echt jetzt haben? Ne, 1,4, hast recht! Ja, Mathe 5 Minus, ich darf halt erlauben! Ja, hast du recht! 0,25. Komm, Bram, Sulu-Kommando! Ah, ne, hier ist scheiße! Ja, Sulu-Kommando, muss mal kurz pausieren! Alter, von wo krieg ich denn den Damage? Voll! Du willst hier einen scheiß Smokes? Ja, die soll mal aufhören! Boah, Jay, du bist echt schon ein ganz schöner Pimmel, ne? Was willst du von mir? Das ist Bram! Bram, Sulu-Kommando, komm! Okay, du rennst wieder vor! Okay, komm! Sulu-Kommando! Er hat nen Kill gemacht! Ich seh alles! Wo ist der? Der sitzt hinter der Geisel! Wenn du reinkommst, direkt... Der versteckt sich hinter der Geisel! Renn doch da rein! Ah, komm, ich hab eh keinen Money! Also, da scheiße ich jetzt nen dicken Haufen drauf! Pass auf! Bam! Ach, scheiße! Loll! Haben alle da drin gefüllt! Storben, Alter! Ja, nice, Peter! Alter, du langen Gang! Oh, vergeset! Ja, Peter, weißt du... Das ist echt scheiße! Letzte Runde! Boah, ich hab noch mal Money zum Kaufen! Boah, ich hab noch mal Money zum Kaufen! Komm, hier! Sollen wir uns... Sollen wir uns das nicht für die letzte Runde aufbewahren, das ganze Geld? Ja, auf jeden Fall! Nee, das ist ja... Unentschieden ist quasi verlieren! Let's go! Das ist doch Quatsch! Unentschieden ist quasi gewinnen! Who are you?! Swords! Was? Ja, du bist auf dich fallen, haben wir uns da! Ja, guck mal hier! Loll! Er wird das Schrotfläte! Hast du da einen weggeballert? Ich dachte, du hättest da einen weggeballert! Loll! Ich hab doch keinen... Oh, da sitzt... Da sitzt... Da sitzt was Fettes! Ja, pass auf! Das ist kein Problem! Okay, weisse! Ja... Hm... Ach, Mann! Kannst du eine werfen? Ich hab keine! Ach so! Der sitzt... Oh! Okay, alles klar! Ja, ich würd sagen, der sitzt da! Ja, der sitzt da! Ja, der sitzt da! Von I.T. Du Lutscher! Loll! Ich hab mal die exekte Teammates! Ja! Ich bin tot! Loll, Bram! Bram, das Zulu-Kommando, Junge! Jetzt hat der Lerender nachher, glaub ich, oder? Nein! Was? Komm, Bram, mach den weg, Junge! Das ist ja, Mann! Mach den weg! Du musst es dir immer wieder sagen! Zulu! Zulu! Nein! Oh! Boah, ich hab richtig Asche, Alter! Geht nochmal! 4-4! Das ist mir mein Dödel! Scheiße, Mann! Ich hab mir... Ich hab mir ne Rüstung... Watt, kann ich mir denn kaufen? Ich kann mir ne Nova kaufen! Shotgun-Zeit, Alter! Ja, komm! Ich kauf mir ne Shotgun-Zeit! Mal hier, nochmal alle Granaten, die gibt, ja? Ja, hast recht! He-Nade, Smoke-Grenade, roll! Ja, auf jeden Fall einen Spawnwerfer, das macht Sinn! Ja, ich hatte noch Geld! Ja, pro 90 hat man den Maul! Oh! Throwing Smoke! Throwing Flashbang! Oh! Ja, warte! Ich mach hier voll Löschmaster und so! Throwing Flashbang! So, komm! Ich werf ne HE! Ich werf ne HE! Ich werf ne HE! Decoys out! Decoys out! Da waren... Keine Haare! Ja, Mann! Peter macht's ja alle! Ich hab den 70 Schaden gedrückt! Ich hab den 70 Schaden gedrückt! Hast du da Platzpatronen drin, oder was machst du damit? Hahaha! Nice, Jay! Ich bin echt kurz davor, dich zu töten, ne? Weißt du, einfach nur, einfach nur befriedigend! Ach nee, komm, wir holen jetzt wenigstens noch eine Runde! Go for it! Komm schon, du gehörst jetzt auch zum Zulu-Kommando! Wir haben die ganze Zeit um mich herumlaufen! Komm ein Zulu-Kommando! Alter! Guck mal! Die sind da übereinander! Nein! Die sind so scheiße! Sind wir gar nicht! Das war aber auch keine klare Ansage! Die sind da übereinander, was das bedeutet! Ja genau! Peter... Ich hab auch einen Skin bekommen! Negev Army Sheen! Voll geil! Wolltest du schon wieder beschweren, dass ich eingekriegt hab, oder? War's überhaupt nicht! Ja, liebe Leute! Ich muss sagen, wir haben zwar hart verloren, aber 7,23... Ja, guck mal! Wir sind nicht gerankt, weil sie spielen gegen 4,4,3... Okay! Easy! Ja, läuft! Master Guardian! Deine Mutter ist Master Guardian! Und zwar in ihrem Arschloch! So, vielen Dank für's Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao!